Liebes Tagebuch, hallo hier ist dein Osmeer. Seit Papa mich wieder zu Mama gebraucht hat, ist es schwierig. Letztes Mal habe ich eine Kette geklaut und habe mir davon Cheeseburger geholt. Mit Becken und nicht glutenfrei. Ich frage mich, was die drei Fragezeichen gerade wieder für Abenteuer erleben. Ohne ihren Osmeer. Papa, ich vermisse dich. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Ihr habt es echt drauf. Ihr seid die größten Direktiven überhaupt. Ihr habt es echt drauf, ganz ehrlich. Ihr findet Pornobilder von mir. Ihr findet raus, dass ich Sodomie bin. Alter, ihr habt es echt drauf. Und ich habe es richtig drauf. Ich werde mich drauf an. Ich werde mich drauf an. Ich werde mich drauf an. Vielen Dank.